In den Energiesparshops der 14 EVM-Kundenzentren erhalten EVM-Kunden zum Vorteilspreis viele nützliche Artikel, um den Energieverbrauch im Alltag zu reduzieren. Bis zum letzten Stehplatz war die Landskroner Festhalle am vergangenen Freitagabend gefüllt. Zum Auftakt der Heimersheimer Dorfkirmes hatten es die Junggesellen geschafft, die kölsche Mundartband Pleckföst zu engagieren. Rund 700 begeisterte Gäste schwangen das Tanzbein, sangen lautstark mit und schunkelten Arm in Arm zu neuen und alten Stimmungskrachern der Kölner Kultformation. Die illustren Geschichten vom Bickendorfer Bütchen, dem Wasser von Kölle oder dem Schützenfest begeistern Jung und Alt immer wieder aufs Neue. Also ich persönlich komme aus Köln und ursprünglich aus Bernkheim, wir sind extra hier angereist und die Stimmung ist super und den Köln kennt man ja. Und ich freue mich auf jeden Fall. Und hier? Ja, ich komme aus Kerpen und es ist eine super Stimmung, die Leute verstehen sich und ich werde hier noch ein bisschen viel Spaß heute Abend. In den Energiesparshops der 14 EVM-Kundenzentren erhalten EVM-Kunden zum Vorteilspreis viele nützliche Artikel, um den Energieverbrauch im Alltag zu reduzieren. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020